Musik Kannst du Marco? Mal gehört? Ich arbeite für Marco Ich bin sein Mann in Dänemark Der das Netzwerk für ihn hier aufbaut Man kennt ihn auch als Die Rasiere-Kriege Ist mir egal, wie man ihn nennt Ich kenne nur seinen Namen Und ich werde ihn nicht blockieren Der ist sehr gefährlich, der Kerl Die Rasiere-Kriege Die Rasiere-Kriege Die Rasiere-Kriege Die Rasiere-Kriege Die Rasiere-Kriege